Ja, meine herzlichen, ja du mich auch, alter Philipp, lerne an Moderationen. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich bin's wieder und bin back, zurück im Business von YouTube. Ja, ihr habt mich wahrscheinlich schon lange wieder vermisst. Wahrscheinlich habt ihr mich gar nicht vermisst, so wie ich euch kenn, aber egal. Was machen wir in dem Video? Wir reackten auf die mittlerweile schon drei Videos von Big Shoko Swagger. Der definitiv nicht Ryan Cole ist. Entschuldigung, kurzer Hustanfall, egal. Auf jeden Fall reackten wir auf diese drei Videos, natürlich auch auf die Musikvideos, die mittlerweile schon alle drei heraus sind. Und ich würde sagen, let's go mit dem ersten Lied, das von ihm rausgekommen ist. Das ist Cash. Die Videos dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wo packen wir mich hin? Unten. In the middle, würde ich vorschlagen. Und Lego. Ich weiß nur, dass zu diesem Lied ein Video von ihm rauskam, auf seinem Zweitkanal, soweit ich weiß. Schoko Ryan, glaube ich. Da können wir dann auch gleich nochmal reinschauen. Auf jeden Fall hat er auf jeden Fall Fandanträger gehabt, so wie es aussieht. Sonst würde er nicht die ganze Zeit lachen. Diese Brille, richtig geil. Ryan, wenn du Bock hast, schick sie mir rüber. Da ist dein ganzes Geld. Digga, diese Brille ist so geil. Wait, hat's geregnet beim... Hat's geregnet bei dem Dreh? Ja, da hat's geregnet. Also, der Beat gefällt mir auf jeden Fall. Also, ich kenne den Text schon, natürlich. Auch das Video finde ich bis jetzt ganz gut. Das Video kannte ich davor noch nicht. Ich habe es immer auf Spotify geguckt. Ja, geguckt, was heißt, geguckt. Ja, du bist hässig und blau. Was ist das da? If you are not doing what you love, what's the point? Ah, ja. Der Kette und Sitz auf einem Baum. Ich kann nicht reimen, aber das klingt schlau. Ja, ey. Aber das klingt schlau. Ey. By the way, du kannst mir mal verraten, wo diese Location war. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, ja, du weißt es genau. Laufe durch die Stadt. Hörst du, was ich sag? Trage meine Brille, ja, Mann, ab heute gebe ich Gas. Wer kennt sie nicht, die Luke-Brille. Du hast keine Schade. Guck doch mal in deine dreckige Schublade. Gefängnis. Ryan ist Gefängnis. Ich habe Swag. Ich habe Swag. Ich habe Cash. Ich habe Cash. Ich habe Swag. Also, der Beat gefällt mir echt gut. Da kann ich nichts dagegen sagen. Abonniert Shoko Ryan. Ja, macht das auf jeden Fall. Ja, Shoko, 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 Shoko. Okay, da haben wir es. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Zack. Jetzt seht ihr mich nochmal in Fett. Das wollt ihr eigentlich gar nicht. Ich weiß, deswegen machen wir das so schnell wie möglich wieder rückgängig. Let's go. Das zweite Lied. Kein Cash. Direkt erstmal der 5-Euro-Schein, der rausgenommen wird aus dem Wasser. Wer hat ihm das Geld gespendet? Ah ja, okay. Grüße gehen auch von mir raus an dich natürlich. Also, so vom Stil her ist es ganz anders wie das vorherige. Aber hat schon was. By the way, Ryan, lern mal, wie man Hemden anzieht. Schau mal her. Was ist das? Was? Was soll das? Aber ich habe keinen Cash, man. Ich habe kein Geld mehr. Die Rolly ist weg, man. Sie war nen Dreck. Okay. Okay. Die Rowley ist weg, man, sie war nen Dreck wert, ey, alles was bleibt ist mein Diamantschwert, aber scheiß auf das Geld, mein Freunde sind mehr wert, ey. Fühle ich auch, das Lied ist auch gut. Hier und da ist meinem Geschmack nach ein bisschen viel Autotune gefühlt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Autotune ist, aber jetzt meine andere Frage, Ryan aka Big Joko Swagger, falls du das hier sehen solltest. Die Bäume, die sind ja im Hintergrund lila. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es lila ne Bäume gibt. Falls ja, blende ich euch jetzt mal was ein, falls ich jetzt beim Schnitt irgendwas gefunden hab zu lilaen Bäumen, ich kann's mir aber nicht vorstellen. Egal, wir schauen mal weiter. Ich fühl den Beat auf jeden Fall wieder. Von wem wurde das so geproduct? Tizer Films, okay. Ja, auch nice. Dann schauen wir direkt zum nächsten. Auch hier seht ihr nochmal kurz meine Fresse. So, das heißt, an meiner Seite. Auch wieder ganz anders, so von Beat her bis jetzt. Gefällt mir aber. Boah. Boah. Okay. Boah. Boah. Jemand, der viel Autotune mag, der freut sich jetzt über das Lied. Ich muss sagen, ich freu mich über das Lied jetzt nicht ganz so Ich feier Autotune nicht wirklich Sorry, dass ich das jetzt so sag Ein Tickchen weniger Autotune Aber auch ein Tickchen weniger Bass Dann wär das echt geil Aber so vom Beat her ist es gut Das gefällt mir Man muss sich aber konzentrieren, um den Text zu verstehen Ja, also den Beat fühl ich wieder Aber gibt's da nicht mittlerweile sogar ein Musikvideo dazu an meiner Seite Gibt's da auch nicht mittlerweile schon ein Musikvideo Ich hab gedacht, der Gipfel Boah Klingt nicht schlecht, aber der Autotune Ja, hab ich schon gesagt Also in welchem Song Autotune Runterdrehen Bleibs an meiner Seite Seite Ja Ja Hör auf, lass uns zu zweifeln Zweifeln Ja Ja Wenn ich bei dir bin Dann geht's mir wieder gut Gibt's mir Mut Ja, ich sage dir Ich fiege hier nie genug Von dir Bitte bleib bei mir Ja Ey Bleib an meiner Seite Ja Ey Bitte bleib an meiner Seite Seite Ja Natürlich bleib ich an deiner Seite Natürlich ganz am Ende Schoko Schoko nicht vergessen Ja Was soll ich dazu jetzt noch sagen Alles drei verdammt geile Songs Wir setzen mich nochmal richtig schön fett in die Facecam Richtig guter Song Gefallen mir alle drei verdammt gut Und ich glaube sogar der erste ist eine Challenge Wenn ihr wollt, dass ich auf das Video dazu reagiere Warum er diesen ersten Song produziert hat Dann lasst dem Video gerne ein Like da Abonniert meinen Kanal Um das Video dann natürlich auch nicht zu verpassen Sorry für den scheiß Schatten Aber ich nehme das Ganze hier um 22 Uhr auf Ja Ähm Wir sehen uns Heute Abend Samstag Circa 20 Uhr Bei einem weiteren Stream wieder Auf Twitch Twitch auch unten natürlich verlinkt Schaut da vorbei Freitag, Samstag, Sonntag versuche ich dort immer zu streamen Wenn nicht, kündige ich das immer auf Instagram ab Da heiße ich Äh Äh An, dass ich nicht streame Da heiße ich Epic Trainspotter Also auch gerne da mal folgen Und jetzt Wünsche ich euch Noch Einen angenehmen restlichen Samstag Schaut heute Abend vorbei Und natürlich auch Einen restlichen angenehmen Sonntag Wenn ihr am Samstag nicht mehr reinschauen könnt Haut rein Bro Leute Ciao Ciao